Ja moin Leute, heute wieder Sieb am Stizzl Heute wieder XFKL Nuke am Stizzl Und wir hauen jetzt zusammen nochmal den Intro Spruch raus Also der heißt XFKL Ja moin Leute XFKL Nuke und Sieb am Stizzl Nochmal Eins, zwei, drei Ja moin Leute XFKL Nuke und Sieb wieder am Stizzl Und ihr hört es schon, wir haben uns wieder vertragen Was heißt ich vertragen? Wir haben euch verarscht So sieht's aus Ähm Das war eine Show Ja Wenn ich weiß was verarschen ist Der schaut einfach mal Danny Böhnl, wenn wir in die Videos haben Dann weiß das Man muss dazu sagen, wir haben euch auch ein bisschen grabbed damit Aber ähm Leute, wir verstehen uns immer gut Es wird auch immer so bleiben Wir haben kein Problem miteinander Würde jetzt irgendwie jetzt mal Leute so Ja jetzt mal ernsthaft, wir würden uns niemals die Sachen wegnehmen oder so Wir verstehen uns gut, es gibt kein Brief Gab's niemals, würd's niemals geben Ich würd so sagen, äh Das, diese ganzen Facebook-Klauereisachen Habt alles gefaked und zuniert und so Ich mein, ihr wollt's ja auch Ich wollt mir eine neue Facebook-Sette machen Von dem Mal hab ich halt gedacht, machen wir das mal raus Da ich eh lange kein Video mehr gebracht hätte Und ich heute eigentlich Ja Bock hatte ein paar Videos zu bringen, wie ihr schon gesehen habt Ja, das war einfach mal ein bisschen Shit für euch Und auf jeden Fall Und auf jeden Fall Ähm, nochmal Ich glaub dieses Video kommt auf drei Kanälen hoch Auf Stizzle Bros, auf Zeve und auf XBK Nuke Jo Und vielleicht auch nochmal auf der Facebook-Seite hin, um halt alles Alles klar zu machen, damit es halt keine Missverständnisse mehr gibt Beim nächsten Mal werden wir halt einfach hinten dran schreiben Das war ein Trolling oder so Und dann kapiert auch noch jeder Und auf jeden Fall nochmal Ich hab jetzt eine neue Facebook-Seite Auf jeden Fall, die ist auch Ganz oben in der Beschreibung Also nach Zeve, ganz oben in der Beschreibung Auf jeden Fall liken, 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 liken Vergewaltigt einfach den Like-Button Ich will morgen, wenn ich auf meine Facebook-Seite gehe Will ich 20 Likes drauf haben Kapisch? Das Video kommt jetzt hoch Also, ich lade das Video jetzt gleich hoch Also, wenn wir mit 10 bis 12, 21, 21, 35 Geht gleich schlafen Muss morgen früh aufstehen Und deswegen sag ich Damit Liken nicht vergessen Kommentieren nicht vergessen Abonnieren nicht vergessen Meine natürlich Und sie sind auch natürlich Und dann habe ich mir geliebtes Tschö Meru Bis zum nächsten Mal Tschö